Der war ja wohl nicht. Dem Stalin-Song der Bitch-Day! Jetzt wird der Tag. Fühl mal, als wär der 20. Geht los jetzt, ja? Jetzt muss ich los, ackern, wa? Rockgeschichte! Wenn du Rockgeschichte zeigen willst, musst du diese Filter da filmen. A&H Universal Enserra UE1000. Direkt das Gerät für Sie geeignet, wenn Sie Heavy-Metal-Typ sind, solche Zotteln haben und so eine breite Fresse. Alles künstlich, Nasenhüllen ausgebrannt, Oberlippe wackelt vor Nervosität. Nur noch die rechte Hand ist cool, Achtelding in der Hand, aus der Hüfte, Schultergelenk nach vorn. Und dann die Welle. Da hilft die Kiste. Das ist ihr Ding. Mal gucken, ob das läuft. Moment. Ah! Mann, Alter, ich drehe ab. Ich glaube, ich bin auf dem Trip. Cool. Das Ding brauche ich für meinen Bass. One, two. Hey. Happy now. I'll take care of you. I'm your one and all. We belong together, baby. Whenever I call. So grab my fingers. Grab my hand. Grab everything you can. Cause I'm the best friend you ever had. Are you happy now? Come on, play that game and bring me down. Are you happy now? Now I know you and I'm not your clown. It's not long, but I have to do it. How are you doing? You have a few problems with the bass drum, but otherwise we'll get ahead. Okay, so much fun. I hope you're happy for our next album. Okay, thank you. Okay. Thank you. I'll greet you at Metal Hammer. I'm called Bob Rock, by the way. Du kleine Flieger, wenn ich dir kriege, reiß ich dir die Bähnchen aus, dann musst du auf jeden Schinken wehnst dir die kleinen Äuglein aus. Wahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwahwah aus dem Bauch. Der Reiz bleibt offen dabei. Oh nein! Die Story mit James Last muss ich euch nachher erzählen. Ich gebe euch schon einen Vorlauf, dass ihr in die Stimmung kommt. Macht euch mal so ein bisschen an. Die Kamera läuft. Moment! Ich glaube, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal cool ran. An den Regler ran. Natürlich habe ich meinen Tweet nicht vergessen. Wodka, niemals vergessen. Ich geh jetzt cool da ran. Und da hinten ist der Sänger dran. Den machen fertig, den machen fertig. Den mach ich total fertig. Und vorher kipp ich mir einen rein. Dann tritt ich jemals Bein. Wir kacken die Spuren zu. Und singen Harmonie Gesang. Jetzt ist Schluss mit Rockrollen. Jetzt habe ich nicht verstanden. Ich dachte, er fängt noch mal an. Ja, er fängt ja noch mal an. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt ist Schluss mit Drogenroll. Dies ist ein deutschsprachiges Lied, weil das ja momentan so zieht. Wir wären gerne international, doch uns bleibt langsam keine Wahl. Denn die Musik, die uns gefällt, bringt mächtig Spaß, doch wenig Geld. Zu wenig, ja, die Zeit war toll, doch jetzt ist Schluss mit Drogenroll. 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 Doch bitte kommt nicht zum Konzert, nur weil ihr dieses Lied hier hört. Die kluge Bäm von heute denkt mit und spielt erst ganz zum Schluss den Hit. Den ganzen Abend stehen im Saal und diesen Lärm wäre ne Qual. Doch denken auch, das Maß ist voll. Deswegen Schluss mit Drogenroll. Schluss mit Drogenroll. Jetzt ist Schluss mit Drogenroll. Schluss mit Drogenroll. Die Zeit war toll. Azubi. Alles klar? Warum halte ich diese Rockmusik nur mit Alkohol aus? So, jetzt aber. Far away, yeah. Far away, yeah. Peter kriegt jetzt einen Spitznamen. Der heißt... Far away, yeah. Der ist es, der ist es. Hier. Das ist auch schön. Liebe Damen und Herren, eine neue Harmonie ist entstanden. I don't know what are you talking about. Oh, und er hat geschissen und ich würde sogar noch eine Strophe von ihm hören. Ich glaub, es ist jetzt schon soweit. Der Abend ist zu Ende und alle sind ganz breit. Haben wir den Bass endlich jetzt auf Band? Gehen wir glücklich ins Land, Hand in Hand? Ich sag dir, ich bin der Uwe aus dem Westen und meine Mikros durftet ihr heutest. Oh Mann, ist das ein Fest. Ich bin Uwe Savirovski. Ne, nicht Kowalski. Wo ist denn der Ali jetzt geblieben? Spielt ein Bass wie vier Vierteltakt nach sieben. Mann, der kommt auf der Harley an. Harley? Spielt ein Bass und ist immer knapp an der Bassraum dran. Ich sag dir, mit dem Uwe aus dem Westen. Ich sag dir, mit dem Uwe aus dem Westen. Ist so ein aktiver Bass total am besten. Ich sag dir, mit dem ich nochmal vorspiele. Ich sag dir, jemand vorspielen, ne? Ich nicht. Das war's für heute. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Das war's. Ab, nach Hause, zack, ins Bett.